Eine Überraschung hatten wir ja angekündigt und die ist hier, nämlich Finn wollte unbedingt mal was anderes ausprobieren. Er hat sich für Handball entschieden, sicher geprägt durch den großen Bruder, der ja selbst spielt, als Trainer aktiv ist und sich sogar als Schiedsrichter engagiert. Von daher haben wir es heute mal probiert bei der Spielgemeinschaft der Tourer Niederhöchstadt und der Tourengemeinschaft in Schwalbach. Und ich muss sagen, als alter Handballer, der hat es gar nicht so schlecht gemacht und hat auch eine Menge Spaß gehabt mit den neuen Kindern, die er heute kennengelernt hat. Vielleicht eine Alternative zum Eishockey, vielleicht auch einfach nur eine Ergänzung für den Sommer. Wir werden sehen, was sich draus entwickelt. Aber wie gesagt, er hat sich gar nicht so blöd angestellt. Aber eins war auch schon wieder auffällig. Schaut mal, wo es ihn dann doch hingetrieben hat. Ins Tor! Und das bin ich mal gespannt, ob das ein Ding ist, mit dem er zukünftig vielleicht auch liebäugelt. Wir bleiben auf jeden Fall ganz gespannt dabei und schauen mal, wie sich das entwickelt. Ob das Handballthema früher oder später vielleicht auch ein bisschen mehr im Ablauf des Tages eingebunden werden muss. Wir wünschen alles Gute bis morgen und Tschüss!